Vermisster Arian, 1200 Menschen suchen länger als geplant, aufgeben ist keine Option. Bremmerförde, am Sonntag bildeten rund 800 Einsatzkräfte eine 1,5 Kilometer lange Menschenkette, um den seit Montag vermissten Arian, 6, aus dem niedersächsischen Bremmerfördeln zu finden. Auch fast eine Woche nach seinem Verschwinden denke man noch gar nicht daran, die Suchmaßnahmen zu beenden. Aufgeben ist für uns noch keine Option, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Wir suchen weiter Tag und Nacht. Man habe weiterhin die Hoffnung, den jungen Leben zu finden. Am Abend wurde schließlich klar, dass die Suche nicht bis 19 Uhr, wie es ursprünglich geplant war, abgeschlossen werden kann. Auch nach dem Zeitpunkt soll es deshalb weitergehen, wie ein Polizeisprecher den aktuellen Stand der Dinge erklärte. Seit dem Vormittag durchsuchen die Einsatzkräfte das Gebiet nördlich des Wohnorts des Vermissten. Gestartet wurde im Bereich der Ortschaft Kranenburg. Von dort sollte die Suche in Richtung Süden bis nach Elm verlaufen, teilte die Polizei am Mittag mit. In diesem Bereich sind demnach in den letzten Tagen immer wieder Fußspuren gefunden worden, die von Arian stammen könnten. Ziel der Suchkette sei eine möglichst lückenlose Durchsuchung des gesamten Bereichs, heißt es weiter. Unmittelbar hinter der Kette laufen kleine Suchtrupps, die im Fall von schwer zu überwindenden Orten, wie dichtem Gestrüpp, dieses durchsuchen, ohne, dass die Kette anhalten muss. Voraussichtlich werden die Einsatzkräfte 10 Stunden für die Suchaktion benötigen. Einsatzleiter Wesemann, eine derart große Suchmaßnahme habe ich zuvor noch nicht geleitet. Zusätzlich suchen Einsatzkräfte am Sonntag mit Booten, Drohnen, Hunden und Amphibienfahrzeugen neben und auf der Oste nach Arian. Das THW und die Feuerwehr, die laut Polizei erneut gräben und die darin befindlichen Rohre durchsuchen, werden durch eine Reiterstaffel in den Örtlichkeiten Gräpel, Kranenburg und Essdorf unterstützt. Die Luftschirmatze HAVE und Däden muss nehmen, die Kranen zu haben. Wohin, die vernünftige und Wellen-Wohin-Wohin-Wohin-Wohin-Wohin-Wohin-Wohin-Wohin confianze, kann sich zählen werden, dass die der Kranen und die Kranen in die Luft darin befindelt wird. Einige nether間, dass die kranen sind, wenn die Kranen im desse Wasser verbindlichen gathered, haben sich nicht geeignet, ist das 늦n und das kranen mit einer Kranen, ¯gibli, in der Kranen zu zählen und Söhneusbärmesserung,